Ich freue mich immer sehr, wenn unsere Marktbeobachtungen auch von Experten bestätigt werden. Ich bin Collier Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestensberaten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Und heute habe ich gelesen im Haus- und Kumpelsitzermagazin aus dem September 2022, wie sich denn die steigenden Kreditzinsen hier auf den Immobilienmarkt auswirken. Und unsere Überhauptung ist ja schon in sehr, sehr vielen Videos, dass es eine Auswirkung hat, dass man natürlich jetzt aktuell etwas mehr aufwenden muss oder sich eine etwas kleinere Immobilie nur leisten kann. Allerdings ist die Auswirkung nicht so stark, wie man vermuten könnte. Also bei vierfachen Zinsen, die wir aktuell leider haben, heißt es nicht, dass Sie viermal so hohe Raten bezahlen müssen, sondern auch hier, die Experten bestätigen, 20 bis 30 Prozent höher ist bei der gleichen Darlehenssumme die Rate. Das heißt, Ihre Kaufkraft für eine Immobilie ist etwas geringer, aber nicht vollständig weg. Das heißt also, wenn Sie eine interessante Immobilie finden, lohnt es sich aktuell auch noch zu investieren, kommen Sie dazu gerne wegen der Finanzierung auf uns zu.